capcom neobots entertainment und damit meine freunde begrüße ich euch zu einem neuen let's play projekt das infamöse devil make right 2 ein bisschen angst vor dem spiel weil es wirklich von ganz vielen fans immer so schlecht geredet wird aber am besten macht man sich doch selber ein bild davon ich habe es gesagt wir zeigen devil make right 1 2 und 3 und der erste teil hat mir auch super gefallen deswegen jetzt den zweiten hinterher egal wie gut er wird ich ziehe es durch ihr kennt mich ich ziehe es einfach durch bleibt natürlich genau wie die anderen teile ich habe noch nie devil make right vorher gespielt außer natürlich jetzt der ersten teil kürzlich abgeschlossen gestern kam der letzte part und jetzt schauen uns den zweiten teil an ich weiß dass man den zeit sogar zweimal durchspielen muss die schlechten teil angeblich schlechten teil muss man dann zweimal durchspielen dann guckt hier auch schon richtig grimmig hat selber keinen bock auf das spiel so scheint es zumindest zu sein ähm ja erinnert sich noch mal ein bisschen was wir machen das auch ich spiele das zweimal durch ist ja nicht so lang also devil make right 1 hatte ich auch nur 14 parts wenn ich jetzt hier 28 parts brauche ich weiß nicht wie lange ich dafür brauchen werde dann ist es halt so mich stört es nicht einmal mit lucia neuer charakter kennen wir nicht und aber mit dante wir zahlen natürlich erst mal mit dante ist doch klar oh gott er guckt so grimmig hat keinen bock auf das spiel oh man jetzt nicht wieder abgeschreckt sagen es gibt natürlich jetzt mal wieder playstation 2 grafik gleich wird es mal wieder aufgewertet wir kennen das ja schon capcom presents oh intro devil make right 2 let's go oh 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 Könnt ihr nicht besser machen, ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, das sah doch ganz geil aus, also ich weiß nicht, das Intro ist super vielversprechend, naja, lassen wir uns überraschen, was können wir hier nochmal, oh, Vibration aus, bitte, das hat mich sehr gestört beim ersten Teil, Brightness mache ich so dunkel wie es geht, nein, ich verändere es nicht, ich habe es tatsächlich gerne dunkel, das ist jetzt kein Scherz, ich sitze auch gerne im Dunkeln und ja, so düstere Spiele mit, ähm, weniger Brightness, die wirken ganz anders, aber ich lasse es jetzt fürs Let's Play normal, normalerweise würde ich das wahrscheinlich ändern und alles komplett dunkel machen Aber egal, New Game, neues Spiel, neues Glück Lose ja dann ihr eigenes Menü? Oh, hier gibt es nochmal ein Intro Des Mundus, seine Statue Humanity's Hope lived in a demon named Sparda With a spirit unlike any other And wielding the sword that bore his own name Sparda eradicated the demons And now The legend of Sparda Has been inherited By his son The demon slayer Dante The demon slayer The demon slayer The demon slayer Bis zum nächsten Mal, Son of Sparta. Da hat sie für uns wahrscheinlich irgendetwas markiert, wo wir als nichts hin müssen, mit dem Dolch. Was eine schöne Opening-Katzen hier, das hat mir wirklich gefallen. Was ein toller Auftritt von Dante, oder? Kommt aus nichts, zack, 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 und macht die ganzen Dämonen da kalt. Richtig cool. Weiß nicht, hat mir gefallen. Mission 1, im Norden wird der Jäger dunkel im Blut sein Schicksal erkennen. Wegweiser für die Jäger, Kapitel 1, Artikel 3. Ohja. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Nächste kann es ziehen. Haben wir immer noch unser Donnerschwert, Alastor. Boah. Okay, da ist wieder die Gun. Das ist eine Rolle. Uh. Wir haben jetzt endlich eine Rolle. Na, let's go. Weil sonst muss man das so richtig umständlich machen. Boah. Dante, du springst ja richtig hoch in dem Spiel. Rolljump auch wieder am Start? Jo. Oh. Ja, das ist ja cool. Okay. Unendlich Schuss. Man kennt es. Okay. Haben wir ein Menü. Items. Oh, wir haben direkt einen Vitalstar. Damit können wir uns heilen. Ihr kennt das ja. Devilsstar, um die Teufelsenergie aufzufüllen. Devil Trigger. Kennt man auch. Ähm. Irgendwie ist der Controller gerade selbstständig. Das finde ich interessant. Oh mein Gott. Was haben die da für eine Scheiße programmiert? Ganz ehrlich. Das Menü funktioniert nicht. Ah. Es geht schon los. Hilfe. Ähm. Ja. Ich habe den Controller nochmal neu verbunden. Das geht immer noch nicht. Das geht immer noch automatisch. Aber hier ist zum Beispiel die Karte. Sehr linear. Das Ganze ist auffällig. Denn Devil May Cry 1 war ja zwar relativ linear, aber die Villa an sich war ein komplexes Gebilde mit vielen verschiedenen Wegen. Und ja. Ich will doch das ein oder andere Mal verlaufen und das hier scheint eher das Gegenteil zu sein. Aber hier. Ich mache nichts. Bewegt sich voll ein. Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Amulets. Ergänzt ihren Devil Trigger durch Blitzelement. Aha. Da kriegen wir wahrscheinlich noch mehr Fähigkeiten rein. Wunderschön. Schwert ist Rebellion. Es ist nicht mehr Alastor. Richtig komisch. Hier die Handguns. Doppelpistolen mit magischen Kugeln. Ich dachte das wäre doch mal eine Gans. Okay. Da können wir mal Sachen nachschauen. Pfeil. Und sich über die Gegner nochmal wahrscheinlich informieren etc. Ja. Das war's. Alright. Ja. Da sein könnte das wahrscheinlich irgendwas haben. Uh. Und da bekommen wir den ersten Red Orb. Einen Kristall aus kondensiertem Dämonenblut. Damit erhalten sie neue Kraft. Ja. In Devil May Cry 1 konnte man sich dafür unterschiedliche Fähigkeiten verkaufen. Das wird bestimmt hier auch wieder so sein. Schauen wir uns hier erstmal um. Wir haben ja gesehen das ist relativ linear. Uh. Ja. So ein Schlossgefiel. Das gefällt mir ja wieder. Auch wenn alles selbst zerstört wirkt. Na du Nase. Untere Nase ey. Haben wir jetzt den Popel rausgenommen. Das wollte ich nicht ne. Ich wollte nicht stören. Oder haben wir jetzt den Pickel von ihm entfernt. Das ist rot. Das sieht aus wie ein Pickel. Ja. Oh. Stylish. Ich wusste geil dass du Spider-Man bist. Dante. Hast du dir das von Spider-Man abgeschaut. In Malverse Capcom. Naja. Wie auch immer. Da merkt schon wieder sehr viel Spaß. Ähm. Da können wir nicht drauf. Ja. Aber wir können rein. Uh. Und entdecken direkt ein Secrets. Ein Secrets. Na. Mehr oder weniger. Hehehe. Paar rote Kugeln. Ich meine. Die Fähigkeiten sind sehr nützlich. Zumindest in Teil 1. Die man da bekommen hat. Komische Kanone. Kann ich jetzt nicht betätigen. Hier können wir einfach so rüberspringen. Wir sind nicht erwünscht. Gitter ist zu. Aber ist egal. Dante findet seinen Weg. Das glaubt ihr ja wohl. Gerade mit so ner Mobility. Können wir da oben auch irgendwie hin? Uh. Seht ihr das? Ja. Wir haben die Re... Ah. Das Umschauen lohnt sich. Und ich finde halt alles. Ein Fragman voller Lebensenergie. Vier Bruchstücke geben eine ganze Blue Orb. Genau. Das sind so blaue Splitter. Und wenn man da vier von hat, erweitert sich Dante's Lebensanzeige. Ähnlich wie die Herzcontainer in The Legend of Zelda. Kann man wirklich gut miteinander vergleichen, finde ich. Ähm. Na, es sind wieder diese festen Bilder teilweise, ne? Und nicht mehr so extrem wie in Teil 1, merke ich schon. Hier ist ein Zugunglück oder sowas passiert. Er erinnert sehr stark an Uncharted 2. Wo er ja auch direkt mit dem Zugunglück angefangen hat. Mit Nathan Drake. Natürlich ist dieses Spiel vor Uncharted 2 erschienen. Muss man auch dazu sagen. Aber ja. Hm. Was ist das? Käfige. Mit Leichen? Oh. Und ich glaube die leben noch. Hallo. Oh shit. Von wegen Käfige mit Leichen. Die Käfige reifen uns an. Agon of Ines. Oder Agon of Ines. Ich glaube die haben eine Leertaste vergessen. Ach ja. Devil May Cry 2. Und die Guns sollen sehr overpowered sein. Und das sehe ich jetzt auch schon. Weil, ne? Wir schießen einfach nur und gewinnen. Wow. Da haben sie so eine blöde Anvisierfunktion reingebracht in Devil May Cry 2. Wo man nicht mal das Ziel wechseln kann. Wie in King Marks zum Beispiel. Oder kann ich irgendwie das Ziel wechseln, ne? Visiert automatisch an immer den nächsten Gegner wahrscheinlich. Naja. Kombosystem wurde vereinfacht. Langweiliger gemacht. So hat nicht mehr so viel Vielfalt. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ähm. Na. Muss mal gucken wie sich das entwickelt. Schlangen macht aber Spaß. Ist ja auch gerade der Anfang des Spiels, ne? Ja. Was ist das hier für eine Stadt? Sieht sehr verlassen aus. Zerstört aus. Und ja. Wir sehen ja schon. Die Dämonen haben das so ein bisschen übernommen. Hm. Oh. Eine leichte Schräglage. Bin ich besoffen? Oder ist der Kameramann besoffen, der das Ganze hier filmt? Oder ist Ante besoffen? Oder ist die Stadt besoffen? Wer ist hier besoffen? Sind wir alle besoffen? Seid ihr besoffen? Bin ich besoffen? Oh Gott. Hilfe. Wir sind alle besoffen. Die Welt der Besoffenen. Hilfe. Lass nicht. Oh mein Gott. Das sieht alles so schräg aus. Weißt du nicht. Als wenn die Kamera so hältst. What were they thinking? Oh man. Die Kamera stand aus dem Intro. Hallo. Ihr blöden Arstgeier. Oh yo. Wir können fliegen und fliegen nicht. Aber springen und schießen und dann lange in Luft bleiben. Das ist ja cool. Devil Trigger wird man wahrscheinlich so aktivieren wie Devil May Cry 1. Mal gleich hier rausfinden. Ganz ehrlich, wenn die Gegner nur wegfliegen, kann ich ja nur sogar zu. Pistole greifen. Lalalala. Okay. Aber läuft. Devil May Cry 2 soll doch leichter sein als Teil 1. Der an manchen Stellen zu schwer war für den einen oder anderen. Für mich war es natürlich gerade die richtige Herausforderung. Ihr wisst ja, ich liebe sowas. Schwere Spiele, wo man ein bisschen zeigen muss, was man kann, was in einen steckt. Und Devil May Cry 3 soll wieder sehr fordernd sein. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ja. Alles zu seiner Zeit, I guess. Ist ja oben noch ein Blue Fragments. Who knows. Tante. World Job. Ich dachte, das ist deine Spezialität. Kann man wahrscheinlich hier nicht. Doch. Ich weiß nicht, ob man da auf das Hausdach da drauf könnte. Aber wir könnten uns ja auch hier erstmal unten umschauen. Uh, da kommt man auch hin. Sag nicht, wenn ich da jetzt... Ne, da kommt man hin. Uh. Hier würde ich was verstecken. Als Entwicklerin. Ich weiß nicht, was passiert. Ich muss es herausfinden. Okay. Ist nichts Schlimmes. Ui. Ja, dann. Melons. Das Ding ist... Übrigens, das Outfit von Dante sieht richtig cool aus in dem Spiel. Ähm. Es gibt manche Spiele... Zum Beispiel Red Dead Redemption 1. Wenn man das Wasser berührt, dass man instant stirbt. Ich wusste ja nicht, dass es nicht so tief ist. Hat ja sein können, dass es ein richtig tiefes Wasser ist. Und dann sofort absäuft. Alles nochmal von vorne. Sich dem Spiel zugetraut. Teil 1 war so gemein. Teilweise auch. Eher bei den Bossen und so, aber... Joa. Immerhin, ne? Uh, jetzt müssen wir uns auf den Dächern fortbewegen. Interessant. Interessant. Oh, hallo. Eisenmann. Hier kommt der Eisenmann. Oh Gott, die können ja gar nichts. Get rekt. Was ist das denn? Don't worry. It's good to be Kartoffel purry. Don't worry? Die haben die Kombo-Namen auch ein bisschen verändert. Warum hat man so viel Veränderungen getroffen? Waren die Spieler nicht glücklich mit Devil May Cry 1? Oder war es zu Resident Evil lastig? Ich sag's nochmal ganz gern nochmal. Devil May Cry 1 sollte erst Resident Evil 4 werden. Nun haben die Entwickler sich gedacht, ey, der erste Teil ist richtig gut angekommen. Der erste Teil war amazing. Der war was eigenes. Und soll auch immer was eigenes bleiben. Und deswegen haben die jetzt versucht wahrscheinlich nochmal das so ein bisschen zu erneuern. Um ein bisschen vor dem Resident Evil Gedöns wegzukommen. Das muss ich jetzt, ähm, nicht als negativ ansehen und nicht als positiv. Sondern eher als neutral, weil ich mag Resident Evil auch. Aber ist ja ganz gut, wenn man so seinen eigenen Stil findet, ne? Oh, shit. Hallo, 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 hallo. Ich bin Ante. Aus dem Weg. Abschau. Da ist irgendwo noch einer. Agon of Ines, da unten. Im Wasser. Ja. Auch die Dämonen müssen mal ein bisschen baden gehen, ne? Man kennt das. Soll ich den Agono... Agon of Ines nennen? Oder Agon of Ines? Hm. Ich glaube, ich halte das im Balance. Da die Entwickler wahrscheinlich selber nicht wussten, was sie jetzt machen wollen. Ne, aber Gameplay-wise, I mean, die Gegner sind überhaupt kein Challenge bislang. Äh, es macht Spaß. Außer das Menü. Das Menü war echt der größte Ranz, den ich je gesehen hab. Ja, Combo-Vielfalt haben wir wirklich nicht. Guck, ich hab hier versucht, die alten Kombos zu machen. Die geht nicht mehr. Ja, früher konntest du durch das Verzögern, ähm, des Button drückens, konntest du andere Kombos machen. Und dazu noch Ilfrid. Einen Feuerhandschuhe. Und dann hast du später noch, äh, Sparda bekommen. Mehrere geile Waffen. Und ich glaube nicht, dass du hier so viel Vielfalt hast. Naja. Wir werden das sehen. Spannen die immer nach? Oder ist das jetzt einfach unfortunate von mir? Das ist einfach Pech. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall schon 808 Kugeln. Ich glaube, die spawnen nach. Aber, oh, die Anvisierung. Bei Devil May Cry 1 war es auch in manchen Stellen so. Dass Gegner nachgespawnt sind. Aber es hat dann irgendwann auch aufgehört. Oh Gott, das mit der Anvisierung ist scheiße, Leute. Das ist wirklich nicht gut. Boah, sind die Schusswaffen broken. Ah, ich merke schon paflos. Ich merke paflos. Die mich aber nicht stören. Komm schon. Liegt nicht so einfach am Boden. Am Boden zerstört's. Haben wir auch noch die... Oh, wir haben gar nicht mehr die Stichattacke. Oh Mann, das war eine der besten Attacke. Du konntest durch, ähm, gedrücktheiten der Dreiecktaste so eine Stoßattacke nach vorne machen. Puh. Das hat die Gegner weggeschleust. Das hat übelst viel Schaden gemacht. Das hat die Gegner zum Boden geworfen. Das war richtig gut. Musste man das zwar erst freischalten? Aber sobald man das hatte, hat man es geliebt eigentlich. Das war sehr, sehr stark. Uh, der Wild Jump wurde mächtig verbessert. Und wir haben direkt den Double Jump. Den musste man für ganz, ganz viele rote Kugeln freischalten. Den Devil May Cry 1. Das... Das hier eigentlich... Ja, von wegen linear, ne? Hier sind immer... Zwei Wege gefühlt. Das ist so komische Statuen. Dante! Dante! Okay. Die kann man auch nicht anvisieren, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Eine Bank. Wunderschön. Setz dich erst mal hin, Dante. Setz dich erst mal. Setz dich. Lehn dich zurück. Entspann dich. Uh, der ganze Bereich ist rot geworden. Das war jetzt nichts Gutes. Oh Mann, ich wollte den da oben angreifen und... Was macht der? Greift den da unten an. Ja, also die Anvisierung ist wirklich scheiße. Nee, ist nicht gut. Ist so ähnlich wie in Kingdom Hearts, nur in Grauten schlecht. Gold Orb. Das ist früher Yellow Orb. Ein verunsterblich und geschaffener Kristall mit der Kraft der Wiederauferstehung. Ja, wenn man gestorben ist, dann darf man quasi Continio benutzen. Und muss nicht die gesamte Mission nochmal von vorne machen. Wenn man keine Golden Orbs mehr in dem Spiel, heißen die so. Wie wir gesehen haben. Dann, ähm, das ist Game of War. Muss die ganze Mission nochmal machen. Oh shit. Na ja, solange ihr die letzten seid, ist mir das eigentlich egal. Äh, genau auf Ines. Und tschüss, Mann. Nein, da kommt noch einer. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin ein Tourist. Ich will mir nur die Stadt anschauen, okay? Oh, wer... Wer schlägt denn da immer diese Sachen? Oh mein Gott, das ist ja lächerlich. Lächerlich gut von dem. Oh mein Gott, okay. Aber in Luft sind wir safe. Da kann er uns nicht treffen. Das erinnert mich an Dark Souls. Diese Skeletter. Die da an diesen Rädern waren. Kennen L hat Devil May Cry auch ein bisschen was von Dark Souls von Setting und so. Mhm. Ja, das war der große Ansturm. Naja. Es war okay. Ey, das ist eine coole Statue. Gott der Zeit. Ja, es wird nie gesagt, dass es Kronos ist. Aber der Gott der Zeit ist halt Kronos. Ja. Hier kann man Sachen verbessern. Swords. Ach, hier kann ich das Schwert verbessern. Und es geht wieder automatisch, wie ihr gesehen habt. 5000 kostet das. Ganz verbessern. 10.000. Was? Kriegt man hier so viele rote Kugeln oder ist das einfach nur ridiculous jetzt? Wild Star kann man 30 Stück von haben in dem Spiel? Was? Der wird Star, der wird Star. Large hol ich's da. Der irren Körper, Leute. Das weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Smell of Fear. Also Geruch der Angst. Damit können die Gegner schon angekommen bis zu dreimal ausweiten. Uh, so ein Schutzschild quasi. Man kann nur einen Yellow Orb haben. Golden Orb. Blue Orb. Erhöht die Lebensenergie natürlich, wenn man vier Stück gefahrt. Ich glaube, das ist ein kompletter Blue Orb. Dann kriegen wir instant mehr Lebensenergie. Das erhöht die Devil Trigger Anzeige. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten die Schwerter und Gans verbessern. Vielleicht sogar die Gans, weil die so stark sind in dem Spiel. Da würde ich immer sagen, sparen wir. Keine Kombus mehr, die man kaufen kann. Ja, das ist schon mal schlechter. Ganz ehrlich? Ne, ich betrachte das Ganze hier neutral. Das ist aber schlechter. Das ist definitiv schlechter. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist definitiv schlechter. Früher konntest du ja Kombus kaufen. Das war so cool. Du hast ja einfach irgendwelche Kombus immer dazu gekauft. Neue Moves. Das ist halt nicht mehr so. Hm. Naja, Leute. Hier bin ich der erste Part an der Krone-Statue. Damit bewegt sich der Controller wieder automatisch. Nee, diesmal nicht. Hat er sich beruhigt. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ja. Leute. Daumen hoch, falls euch der erste Part von Devil May Cry 2 gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Mal gucken, wie es hier weitergeht. In dieser düsteren, zerfallenen, verlassenen Stadt. Bislang hat es mir gefallen. Ein paar kleine Floors. Aber macht Spaß. Nichtsdestotrotz. Es macht Spaß. Auch wenn es eine ganz andere Atmosphäre ist, als dieses verlassene Häuschen. Dieses verlassene Schlossetal. Einzige Atmosphäre war tausendmal besser. Muss man einfach sagen. Aber auch das hier. Weiß zu gefallen bislang. Gut. Ich wünsche euch was. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann und ciao. Süßmann. Bis zum nächsten Mal.